Warum ist es denn so wichtig, bei der Europawahl ein Kreuz zu machen? Damit wir praktisch in Europa gut vertreten sind und nicht nur an die nationalen Dinge denken, sondern halt auch an das denken, was Europa für die einzelnen Länder tun kann. Warum es so wichtig ist, wenn man nicht wählt darf, man auch nicht schimpfen. Dann kann man nicht unzufrieden sein, ne? Gängen Sie am Sonntag dann zur Wahl? Nein, geht zur Wahl. Auf alle Fälle. Eigentlich mache ich gar keins, weil ich Europa ziemlich scheiße finde. Warum? Ja, weil wir als Deutsche nur Nachteile haben. Für mich ist es schon wichtig, ich gehe auch hin zur Wahl, weil was die für Richtlinien und Maßstäbe setzen, finde ich nicht für richtig. Eigentlich ist man selber ein Land und sollte man Entscheidungsmöglichkeiten frei haben, aber es wird diktiert eigentlich alles von EU-Brüssel. Nur weil wir auch richtig vertreten sein wollen, ne? Deswegen setze ich auch mein Kreuz am Sonntag. Damit man die Möglichkeit hat, mitzugestalten. Damit wir im Jahr dabei sind, dass wir mitreden können, weil wir nämlich auch in Europa sind, obwohl wir in Niederbayern sind. Also Sie gehen am Sonntag zur Wahl? Ja, natürlich. Ist ja klar. Ich gehe immer. Ich gehe seit ich 18 bin, zu jeder Wahl. Damit innerhalb Europas die Leute endlich einmal verstehen, dass sie irgendwo zusammen gehören. Und wer keine politische Meinung ausdrückt, der soll sich über nichts aufregen. Untertitelung des ZDF, 2020